Erleichterung über bevorstehende Öffnungsszenarien, aber auch Mahnungen vor allzu schnellen Lockerungen. Das sind die Reaktionen auf die gestrigen Beschlüsse der Bund-Länder-Runde über die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie. Hier noch mal ganz kurz die wichtigsten Entscheidungen im Überblick. Private Treffen von Geimpften und Genesenen sind dann wieder uneingeschränkt erlaubt. Im Einzelhandel soll es keine Einlassbegrenzungen mehr geben. Es muss aber eine medizinische Maske getragen werden. Zwei Wochen später, ab dem 4. März, soll in der Gastronomie wieder 3G erlaubt sein. Auch Diskotheken und Clubs dürfen nach Monaten der Schließung wieder öffnen. Hier gilt dann 2G+. Und bei Großveranstaltungen dürfen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. In Innenräumen maximal 6.000, draußen bis zu 25.000. Ab 20. März könnten auch diese Einschränkungen entfallen. Dann soll es beim Basisschutz mit Masken und Abstand bleiben. Auch die Homeoffice-Pflicht soll zu diesem Zeitpunkt aufgehoben werden. Nur eine Hürde gibt es für alle Öffnungen. Die Situation in den Krankenhäusern muss stabil bleiben. Und auch die allgemeine Impfpflicht war gestern Thema in der Runde. Sie sei nach wie vor notwendig bekräftigen Bundeskanzler Scholz und auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in ihrem Beschluss. Das ändert aber nichts daran, dass darüber weiter heftig diskutiert wird. Schritt für Schritt hin zu mehr Normalität. Darum ging es vor allem in der Runde der Ministerpräsidenten. Daneben beschäftigte das Thema Impfpflicht die Teilnehmer. Der Bundeskanzler und alle Ministerpräsidenten sind dafür und wollen sich dafür einsetzen. Und dafür politisch werben, indem wir das jetzt nicht zu einem Thema machen, in dem die üblichen politischen Ränkespiele eine Rolle spielen. Und der eine guckt, wer dem anderen am meisten was antun kann. Sondern wo wir das tun, was wir an Verantwortung gegenüber unseren Bürgern und Bürgern haben. Jetzt ist der Bundestag am Zug. Mehrere Entwürfe liegen vor, unter anderem für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahre. Es geht jetzt darum, das Ganze auszubauen und auch im Rahmen der Anhörung noch mal zu schauen, gibt es vielleicht einen Bedarf, an der einen oder anderen Stelle Anpassung vorzunehmen. Aber ich bin zunächst zuversichtlich, dass wir für diesen Weg der Impfpflicht ab 18 die breiteste Unterstützung unter allen Anträgen sehen werden. Doch bisher hat keiner der Anträge zur Impfpflicht eine Mehrheit. Ich habe für die unionsgeführten Bundesländer schon im vergangenen Monat angeboten, dass wir zu Gesprächen bereit sind. Und die Unionsbundestagsfraktion hat das durch den parlamentarischen Geschäftsführer am gestrigen Tage auch noch einmal gemacht. Wir sind nicht am Ende der Meinungsfindung und Mehrheitsfindung im Deutschen Bundestag. Viele Gespräche werden noch nötig sein auf dem Weg zu einer Impfpflicht. Aber ob sie dann wirklich kommt, ist ungewiss. Und über die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels rede ich jetzt mit Andreas König in Berlin. Bei den Verschärfungen, da gab es ja oft gemeinsame Beschlüsse beim Gipfel. Und hinterher hat dann jedes Land doch gemacht, was es will. Werden denn die Lockerungen jetzt alle gleich umgesetzt werden? Ja, ich denke schon. Vielleicht nicht ganz gleich, weil einige Länder sind ja schon vorgebrecht. Zum Beispiel hat Brandenburg ja die 2G-Regel im Einzelhandel schon vor einer Woche abgeschafft. Und Bayern zum Beispiel die Kontaktbeschränkung für Geimpfte im privaten Bereich. Viel wird jetzt davon abhängen, was macht Omikron, je lockerer es wird in den nächsten Wochen. Im Moment sinken die Inzidenzen ja und die Krankenhäuser geben Entwarnung. Aber ob das so bleibt, ist offen. In den Beschlüssen steht ja auch, wenn die Situation es zulässt, greifen die Lockerungen. Was ist denn nach Ihrer Beobachtung gestern bei den Beratungen, die ja doch recht umfangreich waren, offen geblieben? Na, offen ist, wie geht es weiter nach dem 20. März? Die Länder wollen weiter Eingriffsmöglichkeiten und fordern dafür gesetzliche Regelungen vom Bund. Doch wie die aussehen, das ist noch die Frage. Wird da drinstehen, dass es weiter eine Maskenpflicht geben soll? Kann es weiter 2- oder 3G-Regeln geben, die die Länder dann einführen können? Was ist mit den Hygieneregeln, mit den Abstandsregeln? Bleibt eine Testpflicht? Das sind alles noch offene Fragen. Und es kann spannend werden, weil mit der FDP ist ja zum Beispiel im Moment nur die Maskenpflicht zu machen. Es wurde gestern ja auch über eine Impfpflicht nochmal diskutiert. Gab es da sowas wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner? Na, wir haben es in dem Beitrag gehört. Es gibt ein Bekenntnis zur allgemeinen Impfpflicht. Wie die dann aussieht, muss der Bundestag entscheiden. Streit gab es offenbar bei der Teilimpfpflicht im Gesundheitswesen für die einrichtungsbezogene Impfpflicht, die ja ab dem 15. März gilt. Länder, die eine niedrige Impfquote in diesem Bereich haben, wie zum Beispiel Sachsen oder Bayern, die befürchten eine Notlage, wenn viele Ungeimpfte dann nicht mehr zur Arbeit kommen dürfen. Die Länder arbeiten dort gerade an der Umsetzung dieser Impfpflicht. Was abzusehen ist, dass dieser Stichtag 15. März wohl nicht mehr so streng gehandhabt werden soll. Die Arbeitgeber müssen die Ungeimpften melden, sollen auch sagen, brauchen sie diejenigen ganz dringend oder nicht. Die Gesundheitsämter haben dann einen Ermessensspielraum. Die müssen entscheiden dann letztendlich über den oder diejenige. Und es sollen auch viele Beratungsangebote davor geben, auch Impfangebote und dieses Betretungsverbot. Also das heißt, dass jemand, der ungeimpft ist, nicht mehr zur Arbeit kommen kann. Das soll dann wirklich die Ultima Ratio das letzte Mittel sein. Ja, gerade die Umsetzung ist ja noch ein heiß umstrittenes Thema. In anderen Ländern gibt es ja schon eine Impfpflicht. Gibt es auch Stimmen oder gab es gestern Stimmen, die gesagt haben, wir sind eigentlich in Deutschland schon viel zu spät dran. Denn die Omikron-Welle können wir damit ja ohnehin nicht mehr besiegen. Na, diese Zweifel kamen eben bei den Äußerungen gerade aus Sachsen, was die Teilimpfpflicht im Gesundheitswesen angeht, zur Sprache. Aber am Ende, das hat dann auch gestern Hendrik Wüst, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, fast in jedem Interview betont, ja, wir wollen die Impfpflicht umsetzen. Andreas König, danke nach Berlin. Andreas König, danke nach Berlin.